Mein Name ist Björn Svensson. Ich stimme für Moderatera in der Kirchenwahl. Machen Sie so auch. Ich bin Andreas Toneius. In der Kirchenwahl wählen Sie auch Moderatera. Ich bin Willem und Karlsson. Ich möchte auf Moderatera in der Kirchenwahl. Ja, du auch. Ich bin Roland Gustpe. Ich wähle Moderatera in der Kirchenwahl. Ich bin Laila Männik. Ich möchte, dass du auch die Kirchenwahl der Kirchenwahl. Mein Name ist Benedikt Johannsson. In der Kirchenwahl in der Kirchenwahl 20. september wähle ich für Moderatera. Ich hoffe, dass du das auch machen. Ich bin der Kirchenwahl. Der Kirchenwahl ist gering. Ich bin der Kirchenwahl. Ich bin der Kirchenwahl. Untertitelung des ZDF, 2020